Come on, Vienna! Tabellenplatz 2, nur die Tordifferenz und trennt uns von Helfort, die an der Spitze sind. Hoffentlich auch heute wieder ein erfolgreiches Spiel. Und jetzt spielt gleich die Nachholsmannschaft. Da sind noch 0-3 hinten, aber zweite Halbzeit heißt ordentlich unterstützen. Also da waren Vienna! Joa! Wir sind jetzt hier! Geht's das? Ja! Ja! Wir sind jetzt! Wir sind jetzt! Wir sind jetzt! Ja! 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 Nein! Ja! Je la! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja liebe Wiener Fans, 4 zu 2 gegen Simmering gewonnen, ein recht bewegtes Spiel, mit einem Mann mehr am Feld, leider Gottes nicht so ganz die Feldüberlegenheit, die wir uns gewünscht haben, aber wir haben gewonnen, drei Punkte, das heißt Top of the League und mit breiter Brust zu Hellfurt nächste Woche, denn da wird sicherlich ein ganz kniffliger Gegner werden. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir das biegen können und das Ziel ist eindeutig die Meisterschaft zu gewinnen und das spürt man auch bei der Mannschaft und auch bei den Fans bei euch. Danke für diese super tolle Stimmung, ich hoffe wir sehen uns recht zahlreich bei Hellfurt nächste Woche und bis dahin kann man wie einer. Na Papa du bist heuer 70 geworden und wir wollten das mit der Vienna Family ein bisschen nachfeiern, wir haben ein bisschen gesammelt, es ist ein bisschen was zusammenkommen für dich und wir wünschen dir alles Gute im Machen. Wir wünschen uns auch mal eine schöne Feier mit dir. Los, danke, danke für die Feier. Wir wünschen uns auch mal eine schöne Feier mit dir.